Heyo, hier ist Ronja und wir sind heute in Barry Avenue. Oh mein Gott, das ist ja schon easy. Hallo! Hallo, guten Tag, steigen Sie ein. Oh, Sekunde, muss einfach stehen bleiben, bitte. Stopp, stopp. Okay, okay, okay. Okay, in dieser Folge in Barry Avenue dürfen wir nur gelbe Sachen machen. Wir haben hier schon mal ein gelbes Auto, wie ich sehe. Yeah! Und alles andere an uns muss auch gelb werden. Wir haben hier gerade beide ein bisschen ungelbe Outfits an. Das ist natürlich was, das müssen wir gleich angehen. Und dann gucken wir, dass wir uns ein schönes gelbes Haus suchen und so weiter. Und sofort einfach einen kompletten Tag nur gelb hier in Barry Avenue. Da sind wir auch schon. Oh, wo hast du uns hingefahren? Oh, zum Klamottenladen Sunset Clothing. Schick, schick. Oh, das sieht richtig hübsch aus hier alles. Ich kenne mich hier überhaupt nicht aus, aber okay, wir versuchen mal ein hübsches Outfit zusammenzustellen. Dann gucken wir mal, was wir uns hier zusammenstellen können. Ich brauche natürlich was Besseres als die Easy. Verstehe jetzt nicht. So, das ist mein fertiges Outfit. Mal gucken, was du so hast. Uh, du bist supergelb. Yeah! Ich bin leider ein bisschen barfuß. Ich hatte keine Schuhe mehr zu meinem Outfit. Aber ich finde es ganz niedlich mit dem Kleid, dass es so von den Schultern runterhängt und mit der gelben Schleife. Oh, das sieht echt sweet aus. Die Schleife ist super schön. Ja, gell? Fand ich auch. Okay, das ist eine gute Erfahrung hier im Sunset Clothing Store. Oh, ich wünschte, wir könnten ein Surfboard mit dem gelben Surfboard. Das wäre so cool. Oh, ich bin sehr zufrieden mit dem Outfit. Oh, die sind mir gar nicht aufgefallen. Oh, der Schirm ist auf die... Warte. Der ist auf der Seite, das ist deine Ente. Ja. Cute! Sieht super süß aus. Ich habe gerade richtig Witziges gefunden. Oh, okay. Was hast du? Ja, doch. Bleib... Lässt du das jetzt ab? Oder ähm... Ja, komm, dann setz es wieder ab. Ist okay. Aber was, wenn wir gleich was essen wollen? Ich finde es nicht mehr. Ich finde es nicht mehr. Du findest nicht mehr. Nein! Du bist gefangen mit der Maske. Nein! Stopp! Irgendwie läuft man so langsam. Oh meinst du mir 100.000 Euro! Oh, oh mein Gott, du hast es geschafft! Ja! Okay, ab ins gelbe Mobil wieder. Oh, warte, ich fahre... Oh, ja, ich fahre. Ich fahre, kein Problem. Zack, es ist dieses Auto, aber ich habe natürlich auch einen Führerschein. Das heißt, ich kann uns hinfahren, wo immer wir möchten. Wir kennen uns leider noch nicht so gut in der City aus. Was gibt es denn hier? Juice und Smoothies. Oh! Mmh! Das klingt... Meinst du, die haben Banane? Oh mein Gott! Dings, die haben so Bananensaft. Oder so Mango-Smoothie. Ja! Was ist das? Ich habe einen geilen Smoothie bekommen. Perfekt! Das ist natürlich genau das... Oh, das ist so süß. Guck mal hier. Warte, wir können gucken, was das ist. Das ist wahrscheinlich einfach Orangensaft oder Orange Ingwer. Oh, warte, warte, warte. Guck mal. Du kannst richtig Sachen blenden. Blenden? Wahrscheinlich wusstest du das schon. Ich bin hier voll fasziniert von allem. Nee, ich war noch nie hier. Das ist voll cool. Oh, warte, hier? Hier sind noch Zitronen. Weißt du, vielleicht nehme ich mir noch eine Zitrone mit, so als kleinen Snack für zwischendurch. Oh, hier kann man sich noch mehr Saft holen. Ist auch keiner da. Wir können alles stehlen. Keiner kann uns zwingen zu bezahlen. Nee, wenn keiner merkt, das ist doch kein Stehlen. Weiß ich nicht, ob das so stimmt, aber klar. Warte, ich stehe ein. Das daneben ist ein Backladen. Und da ist ein Haarsammer. Oh, das ist alles so süß. Oh, das hat ein cooleres Auto als wir. Warte, hier kann man sich die Haare färben. Färben wir uns die Haare gelb? Wir sind zwar beide schon blond, aber... Wir sind blond, was ja quasi gelb ist. Aber wir könnten uns vielleicht ein paar Strähnchen reinfärben, so extra gelbe. Geht das? Oh mein Gott, weiß ich nicht. Mal gucken, was hier so geht. Hier, nee, hier können wir nur... Ich glaube, das geht gar nicht. Ich glaube, wir können keine Haare färben hier. Brauchen wir aber nicht. Wir haben doch eh schon gelbe Haare. Ja, aber deine Strähnen sind rosa, also... Na und? Was würden wir das Auto klauen? Ein bisschen Mut. Ja, fahr doch mit dem orangenen Außen runter. Das ist okay, das ist nicht gelb. Ich darf es nicht fahren. Wo willst du denn hin? Nur gelb, ich möchte gerne ein Haus besitzen. Als Hausbesitzer, der ich nun mal gerne wäre. Ich will erst mal was zu essen holen. Danach können wir ein Haus klauen gehen. Ah, okay, wir klauen eins. Ja, ich wollte gerade sagen, kennst du hier irgendwie die Makler in der Gegend. Aber wenn du ihr sagst, wir stehlen, dann hat sich das ja erledigt. Uh, was gibt es hier? Haben die gelbe Sushi? Die, die haben... Doch, 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 warte, hier. Der ist so, ich glaube... Obwohl, nee, das ist Lachs, das ist Orange. Geht ein Lachs auch mit gelbem Senf als gelb durch? Nee, ne? Ich sag ja. Und ich sag auch, dass Lachs-Sushi gehen als gelb durch. Aber das ist ein bisschen rot. Ja, okay, dann nicht, denn wir wollen uns ja auch an die Regeln halten. Ja, da hätten wir heute einfach gar nicht. Keine Ahnung, was da drin ist. Also, wir haben ja unseren Saft, wir werden nicht verhungern, aber... Stimmt. So richtig satt macht ihr nicht. Wir haben ja Saft. Okay. Oh, du bist... Oh Mann, du bist die Hacke durchgefahren. Das ist aber klar. Okay. Du kennst die ganzen Tricks nicht. Also, wo wollen wir hin cruisen, Ronja? Offensichtlich, ich möchte ein Haus. Grocery-Store oder zu den Häusern. Komm, lass uns kurz halten. Komm, wenn wir eh schon beim Grocery-Store sind. Wenn wir eh hier sind. Dann können wir ja mal einkaufen gehen. Wir brauchen ja eh noch Sachen, so fürs Wochenende. Hier geht's rein. Oh Gott. Oh, dann musst du dir hier mal einen Einkaufswagen holen gehen. Grocery-Store, wo bist du? Zack. Hier einen Einkaufswagen erhalten. Zack. Ach, da ist die Tür. Genau. Ich hab die nicht gesehen. Und rein. Und nur gelbe Sachen, oder? Okay, das heißt, wir kaufen uns Bananen und Zitronen. Oh, lecker. Köstliche Zitronen. Gibt's nichts Besseres als so ein paar pure Zitronen ohne irgendwas. Ah, ich hab jetzt eine Banane genommen. Aber ich wollte eigentlich eine Zitronen nehmen. Perfekt. Nee, das wollte ich nicht. Das ist egal. Gelb ist gelb. Ich verstehe gar nicht, was ich hier tue. Ich versuche jetzt nochmal hier mit der Banane einzusteigen. Nee, jetzt hab ich eine Karotte genommen. Stopp, ich will die nicht. Das ist gelb. Nein. Was ist hier? Eine Honigmelone. Das sieht doch gut aus. Ja, eine Honigmelone ist schön gelb. Okay. Ja, lecker Honigmelone mit Käse und Senf. Genau so. Und noch so ein bisschen Bananen drauf. Das ist schon köstlich. Einmal Items scannen. Okay, perfekt. Dann nehme ich meine Items mit nach Hause. Und wir können auch trockene Nudeln essen. Ohne Soße. Hm. Mit noch mehr Käse und Senf. Hm. Hey, ich glaub Senfnudeln sind ein Gericht, oder? Ich glaub so wirklich. Nee, Senfeier sind ein Gericht, oder? Senfnudeln? Das hab ich noch nie gehört. Nee, 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 nee. Ich hab's verwechselt. Das ist ein Senfeier. Oh Mann. Okay. Ja, ja. Können wir aber auch nicht machen, wenn wir Eier nicht essen dürfen. Aber abgesehen davon läuft's ja gut bei uns. Okay, hier müssen wir nicht gehen. Das ist ja nur die Feuerwehr. Das interessiert uns nicht. Wir haben ja kein Feuer angezündet. Also, ich nicht. Hast du ein Feuer angezündet? Was? Nö. Freude nicht. Freude nicht. Freude nicht. Okay. Oh, geht's hier zu den Wohnhäusern? Weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich hab blindes Vertrauen in dich als meinen Fahrer. Wir werden sehen, wenn wir rauskommen. Wir machen hier einen Roadtrip. Wir suchen die Wohnhäuser. Was ist am Ende dieses Tunnels? Oh, ein Berg. Klasse. Wow. Und ein Hochhaus. Und nein, 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 nein. Okay, ich dachte, du fährst das ins Wasser. Okay, ein Hochhaus. Gar nicht schlecht. Die Wolken. Guck mal, es geht langsam abends. Sehr cozy. Aber im Auto können wir nicht schlafen, Izzy. Wir müssen die Wohnhäuser finden. Nee. In einem Cabrio können wir halt echt nicht schlafen. Hier ist auch überhaupt gar nicht genug Platz für uns beide. Dann ist da auch noch der blöde Regenschirm. Nicht, dass der nicht süß aussieht, aber der nimmt halt Platz weg. Oh Gott, wir müssen schnell was finden. Oh, warte, wir können auch im Gefängnis übernachten hier. Meinst du die? Lass uns das mal eher als Plan B so auf den Rundschule. Ist doch nicht das Gefängnis, Ronja. Eine Grundschule, Gefängnis. Wir können im Krankenhaus übernachten, falls wir nichts finden. Die haben doch immer freie Betten. Ja, das ist, glaube ich, auch kein Wohnhaus. Stimmt. Also nur für den Fall der Fälle. Krankenwagen. Ja, durch die Hänge kannst du nicht durchschauen. Versuchen schon ins Krankenhaus zu bringen. Hier der ein oder andere Unfall. Ja, das habe ich auch schon bemerkt. Vielleicht der Baum da. Meinst du was? Nein, nein, nein. Ah, hat nicht geklappt. Das ist ein Wunder, dass unser Auto noch lebt und nicht überall verbeult ist. Und dann müssen wir wohl doch hier irgendwie einziehen. Okay, ich denke, das ist in Ordnung. Hast du den Fahrstuhl schon gerufen? Oh, eine Etale 12. Können wir mal gehen. Etale 12. Verfügbar. Perfekt. Du kannst die andere nehmen. Okay, mache ich. Dann wohne ich gegenüber. Möchtest du diese Wohnung besitzen? Absolut möchte ich das. Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen. Diese Wohnung zu besitzen. Oh, die ist so süß. Ich mache mir die Tür zu. Warte kurz. So, kann ich jetzt noch ein Brecher kommen? Oh, so viel besser als draußen allein im Cabrio. Wir können uns gucken. Wir können uns einen Kaffee machen. Es ist schon 22.57 Uhr. Es ist schon quasi Nacht. Warte. Die Wohnung ist nicht gelb. Die Wohnung ist nicht gelb. Wir brauchen was gelbes. Nein. Ähm, Zucker, Reis. Oh, wir können irgendwie unsere Zutaten hier aufstocken. Wie cool. Ja, ja, das können wir machen. Was ist hier drin? Schlafzimmer. Da können wir nicht schlafen. Es ist nicht gelb. Hier, das darf ich lesen. Gelbes Buch. Obwohl. Das hier nicht. Das ist das rote Buch. Das pinke. Aber das gelbe dürfte ich lesen. Naja. Schade. Ja, ich habe hier was gelbes für das. Du hast was gelbes für mich? Ja, ja. Kann ich dir das mal kurz geben? Ja, natürlich. Gerne. Hast du das Buch kommt? Äh, alles Käse möchte ich. Speeding Ticket? Du bist gefahren! Du fährst hier Auto wie ein absoluter Chaot. Und dann gibst du mir das Ticket. Das gehört jetzt hier. Ja, wow. Das kostet wahrscheinlich richtig viel. Keine Ahnung. Hier sind so viele Türen. Oh, hier ist ein Klo. Das ist gar nicht schlecht. Und hier ist eine gelbe Zahnbürste. Ich darf mir die Zähne putzen. Ich möchte gerne Zähne putzen mit meiner gelben Zahnbürste. Weil, ne? Hygiene und so geht vor. Ist deine Wohnung gelber? Sieht deine Wohnung gleich aus? Ich habe keine Erlaubnis dazu. Au! Guten Tag. Kommt rein. Jetzt hat mir gerade voll die Tür in die Nase geknallt. Da bist du in Ordnung. Habt ihr die Tür geöffnet? In die Nase geknallt. Boom! In die Nase. Ja, genau, Ronja. In die Nase. Okay, siehst du meine Nase? Thema Wechsel. Denk mal drüber nach. Wo ist sie? Eben war sie noch da. Jetzt ist sie weg. Das ist ein bisschen verdächtig, wenn du mich fragst. So, ich mache dich jetzt erstmal hier zum Mitbewohner. Bitte sehr. Uh, ich bin jetzt ein Mitbewohner im Haus. Und alles Käse. Cool. Ja, ja, da kannst du schlafen. Ich habe das Bad. Wo mich immer jetzt wahren. Nein, stopp. Hier. Okay, okay. Warte, warte. Vielleicht hast du gegenüber noch ein Schlafzimmer. Sonst wohne ich in meiner Wohnung. Super. Und willst du eigentlich in meiner Wohnung wohnen, wenn du gegenüber wohnst, Ronja? Ich weiß nicht. So übernachtungsparty. Ich dachte, wenn wir hier neu einziehen, dann können wir ja auch mal... Oh, ja, das ist schön. Okay. Bin ich okay mit den Gute Nacht? Träum was Schönes? Träum Gelb. Ich träum auch was Gelbes von gelben Enten. Das einzige Tier, was mir eingefallen ist, scheinbar. Ich träum von gelben... Was gibt es noch? Gelbe Tiere, Ronja? Giraffen. 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 Die Enten sind schon weg. Oh, Giraffen. Giraffen ist stark. Es gibt keine gelben Tiere. Auf der ganzen Welt nicht. Voll wenige gelbe Tiere. Gelb ist so eine seltene Farbe. Eine gelbe Katze. Ja, okay. Das ist Cheaten. Mir fällt wirklich nichts mehr ein. Schauen wir mal in die Kommentare, ob euch noch ein gelbes Tier einfällt. Weil es gibt keine mehr. Es gibt nur Enten und Giraffen. Der Stummelfußfrosch ist gelb. Ich google das mal. Okay, hier, Editor, fügt mal ein Bild vom Stummelfußfrosch ein, bitte. Dankeschön. Damit die Leute sich auch was darunter vorstellen können. Weißt du, weil... Ich meine, klar, ich kenne ihn. Aber nicht jeder hat den vielleicht so vor Augen. Geht dir ja wahrscheinlich ähnlich. Okay, das war's dann aber auf jeden Fall schon mit dieser Folge Berry Avenue. Aber alles ist gelb. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, dann verpasst ihr keine neuen Videos. Oh mein Gott, du kannst Spagat machen. Yeah. Kleiner... Oha. Richtiger Gymnast. Schaut mir da easy vorbei. Und ihr könnt gerne hier in der Endkarte das nächste Video klicken. Dann sehen wir uns da. Tschüss. Tschau.